ARD Text im Auftrag von Funk Sieben Legend Oh nein Oh Mann Richtig um Würde er jetzt nichts ausschaffen Das schweiz er noch nicht so ganz Mama Worfels Nein Was heißt Worfels nicht? Du hast gerade das Falsche gesagt dafür musst du runterfallen Ich hab Mama Worfels gesagt Ja Mama ist aber falsch Nein 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 Lennart Du warst sogar weiterzählig Oh oh fuck Jetzt wissen sie beide den Trikot und sie verkacken das trotzdem Ja Oh Ich bin nicht hochgekommen Fuck Oh Leute Ach Leute Ich glaub ich seh es ab nächster Runde mal auf Henrik ab Nein Jo Henrik ist einfach zu schnell durch Und dann ist er zur Runde Okay komm Marcel Wir schließen einen Pakt Wir lassen uns in Ruhe Und sehen uns auf Henrik ab Ja Nächster Runde Ich find das ganz schön uncool Ab nächster? Okay Henrik ich helfe dir Hey Boah jetzt sind wir quitt Boah jetzt sind wir quitt Ja jetzt sind wir quitt Danke Leute ich hab's gerade nochmal gemacht und hab's wieder gemacht Und ich hab's wieder gemacht Endentritte deinen Pisser Ja du bist auch nicht entschuld Fuck Fuck Ganz le- Ah Vor allen Dingen ich bin da mindestens zweimal hin und her geschossen Wie so ein blöd man Fuck 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 Das ist oberkörper frei Wie hier Ja Wozu Leute Gibt das nicht warum sprintet er denn nicht Alter Warum spinnt er denn nicht Ich schnurde ich nach Na man Na man Ich versteck mich hier Interessiert an dem Pillar Mann Fuck Fuck Noi Mann Fuck Fuck Oh Er war drauf Müssen wir ein Tee ist leer Danke Piu Leute Wer war weit Danke Wer war weit Oh Waffles Ey ich hätte geduldet Oh jetzt so Apfel waffeln Das wär voll geil Also so äh Waffles tea Wär auch richtig geil Boah junge Waffles tea Möh Huiiiii Zapplieg der Fuck Hahaha Flieg Wie ein Flieger Wenn du stark 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 wie ein Flieger Wo musst du hin Hm Ah Ah Er läuft runter Oh das war es länger Ja er sprintet immer nicht Ich Oh Gott Oh Gott Nein Nein Bin ich zu weit gesprungen Hallo Hallo Ganz knapp ey Ich sehe das Ich sehe das Sooo Ah Mann Uuuuuh Hehehe 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 Swishow on Nerv Faktor an Eeeeee 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 Hehehe Lass Drauf springen Sehr gut Und jetzt hoch springen Okay jetzt kommt Marcel von ihm Mach ihn Und fällt runter Aber Lennart schafft es selber nicht Wollt er es schaffen Wollt er es schaffen Wollt er es schaffen Wollt er es schaffen Komm putt 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 Mach der den Marcel Mach der den Marcel Mach der den Marcel Komm putt 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 Kaaah komm 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 Nein ich habe es geschafft Maria So Lennart Oh Alter es hat nur 10 Jahre gedauert Lennart noch 3 Hehehe Bist noch anwesend JP? Hehehe Ist glaube ich gerade Oder hast du schon aufgegeben? Hehehe Warum haben Giraffen so einen langen Hals? Damit sie das Die Blätter von hohen Bäumen fressen können Wär viel zu einfach Weil der Kopf so weit oben ist Hehehe Kaaass Hehehe Was sagt man von einem Spanner der gestorben ist? Hehehe Keine Ahnung Hehehe Der ist weg vom Fenster Hehehe Hehehe Treffen sich zwei Hehehe Hehehe Ja Das ist nur noch eine Ja Sitzen zwei Hundehaufen auf der Mauer Und rauchen einen Joint Da kommt ein Dünnschliss vorbei Und fragt Darf er auch mal ziehen? Sagt der eine Hundehaufen Ne das ist nur was für harte Hehehe 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 Oh Leute Richtig schlechte Witze Genauso wie Egal wie viele Okay Mercedes hat Mercedes Hehehe Hehehe So Kommst du rein Okay Leonard ist da Oh Mann Nein Nein Scheiße Hehehe Stehen zwei Kühe auf der Weide Sagt die eine zu der andere Mu Sagt die andere Mist Das wollte ich auch grad sagen Hehehe 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 Oh kein Deutsch Oh Mist Ich hab Henrik nicht mehr erreicht Nein Ja Henrik hat's nicht geschafft Okay Alle auf Henrik Alle auf Henrik Nein Ich hab gesagt ich hab Frieden mit ihm Also mach ich das doch nicht Okay dann Leonard und ich auf Henrik Dann Siehste ich werde immer voll ausgelassen Ja du sagst ja nichts dazu Kannst ja mit auf Henrik gehen Da mal Ahhhh Das ist mal gut Es ist nur das zweite Mal dass du es da mal hast Wobei er macht das mit dir Schon das zweite Mal Und zwar genau auf derselben Stelle Ich bin fertig Wie Oh mein Gott Nein O mein Gott Ich hätte es Ich hätte es Sneaken sollen Jaaa Nein Da musst du durchspringen Aber ich war voll Perfekt Weil Daniel da stand Ich stehe bleiben Hahahaha Hahahaha Puch Ich spring beim ersten Sprung dann mal daneben Ja Ich bin durch Oh Gott Nein Oh Gott Es war schlecht Hehehe Oh Henrik hast du es noch nicht Geschafft Ah, warum doch? Dadadadadada Lol, warum treff ich jetzt die Kante nicht mehr, ey? Ich nutze die kleine Gelegenheit und hole mir etwas Er holt sich was zu Was ist schwarz und klebt an der Decke? Du? Ein Eimer Ein schlechter Elektriker Ich dachte ein Methan-Nigger Oh, Mann Pfui Ne, wenn schon Elektroniker Elektroniker Was ist braun und fetzt durch den Wald? Ein Eimer Ein ferngesteuertes Rennschnitzel Nein, zu weit Wir nutzen die Pause und checken den Luftdruck des Walds Ich bin durch Was ist schwarz und hängt im Baum? Ich Ein Spanner nach dem Waldbrand Ich bin auch fertig Wer ist noch übrig, Marcel? Ja, ich hab den noch und drei Jetzt noch drei Oh, dieser Ozean Take a minute to look at their surroundings Just endless ocean all the way around It's quite peaceful Fliegt ein Kuckuck über den Atlantik Taucht ein Hai unter ihm auf Sagt der Kuckuck Hai Sagt der Hai Kuckuck Oh, Leute Oh, Leute So schlecht, ne? Warte Ich hab übrigens nur noch zwei Ja, warte, nur noch zwei Was ist weiß und guckt hinter einem Baum hervor Weiß ich nicht Alter, ich küsse immer die Kante Noch, noch ein Was sollen wir tun, Fisch? Du hast die Wahl, Fisch Äh Sitzen zwei Kerkermeister zusammen Und wie viele hast du in deinem Kerker? Drei und ein paar Zerquetschen Und Marcel kriegt einen Fail Marcel fühlen wir einen Fail Und Marcel ist oben Äh Äh Sitzen zwei Hochhäuser bei einem Erdbeben im Keller Sagt ein Hochhaus Ich hab Angst Sagt das andere Macht nix Ich hab einen Joghurt in der Tasche Äh Äh Da gibt's so gar keinen Sinn Nein Ach, Scheiße Das... Da konnte man nicht einfach durchsprechen Nein, man muss nicht durchsprechen Ah, ich hab's verkackt Was fliegt durch die Luft Und ist weiß mit roten Streifen? Die amerikanische Flagge Eine Möwe mit Krampfadern Hahahaha Hahahaha Oh nee Oh leih Alter, ich komm da nicht mehr auf diesen ersten Bank drauf Sein Ist das ein Vierersprung? Ah, Alter, ich musste blind springen Weil JP auch grad gesprungen ist Ups, verdammt die nicht so ringen Oh leih Oh Fuck Oh Oh Johnny Warum heiiiisss Warum heiiisss Warum heisss Oh John Hi Cuckoo Oh mann Oh Oh mann Oh Nein Alter Scheißsprung Gott bin ich verbehindert Warum heute Warum heute Hat grad gesagt Nicht heute Oh Warum heute Hahahaha Warum heute behindert Man muss da aber durch springen Aha Aha Wenn ich nicht auf den Eisblock da drauf komme Kann ich irgendwie nicht springen Ja, du musst... Da wo du Schaden kriegst musst du anhalten ist aber einfach mache ich nicht einfach ganz zu holen enrik ist ja auch der einzige der eine richtige sprint hast genau ihr seid doch nicht schlecht probiert und ich habe auch eine ich bin durch wie weit ich aber geflogen bin komplett ums eck geflogen da musst du von hinten durch sprinten dann bist du schneller ja hab ich doch nein du bist gesprungen für durch zwischendurch einfach durch springen messe wird schneller dann wenn du durchsprint ist bist du schafft mein maus kam entspannt bei dir hey das war mein witz gestern vorgestern ja dann habe ich bestimmt ich bin auch auf stage und du ich gebe dir gleich auf die stadt ich hab ein sprint bug wenn es noch mal dann bist du mein persönliches opfer jetzt diese folge opfer wenn du das noch mal was ich war natürlich nur animo animo ach kacke amelo 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 so soll man an alle gerichtet werden wollen wir die jetzt ausspielen ach alter jappi ohne spaß das war jetzt so unnötig ne an dem alter jappi jappi ohne spaß tag oh ich muss auch sprinten ich hab mich ja gewundert warum du so langsam bist ich bin ganz langsam oh bullshit ohne spaß jappi das war so mega unnötig ach ich fand das so mega nötig er hat's gebraucht jetzt kommt das so mega nötig vor allem das bewässer nicht nur der letzte alter jappi jappi er Leonard ist doch auch noch da oh jetzt hab ich kzap 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 was ist denn falsch mit euch ich lass euch die ganze Zeit hin du bist du behindert was du falsch behindert ey du bist du falsch behindert ich bin voll behindert du falsch behindert falsch geld falsch geld Und in der Zwischenzeit bei einem kleinen Oktopus, er tanzt. Ja, das war keine Absicht. Hey, 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 hey! Das war keine Absicht, ich wollte dich eigentlich davor schlafen. Wuhu! Das hat sich schon davor unterschlagen. Oh, fuck. Los, Daniel! Waffles. Boah, man. Hat nicht wirklich was gebracht. Ah, Bude! Ah! Ah! So Leute, aber weiteres machen wir dann bitte nächste Folge, denn jetzt ist schon wieder die Zeit vorbei. So, dann sehen wir uns nächste Folge hier wieder bei Minecraft. Und tschüss! Tschüss, der trinkt gerade.